hey hallo hallo es ist so ich habe schon ewig wieder bock darauf ja und zwar unbedingt weil wieder mit diesen steinen das baum unbedingt das habe ich schon ewig nicht alles neu und somit kommt auch dass er nein das ist keine werbung als auch zu halten das ist ein teilchen jetzt zusammenstecken und da ich gelernt habe mich nicht mehr aufhalten zu lassen das wieder mal vor dem jahr ja ich werde jetzt mit dir zusammen lego bauen und quatschen einfach so was mir gerade einfällt nebenbei läuft da klassische musik ich hoffe das ist ok für youtube und so das teil werde ich dir da noch zu linken wenn du magst ja mein name ist marcus flicker ich bin selbstständiger kreativer fotografie biebearbeitung workshop reisen blogs und ja abonniere meinen kanal und bleib aktuell und schaue auf meiner homepage vorbei so war zu viel getan was ist mit alles trennen schon die kassiererin hat heute gesagt in der kassa hier schon die vollen hightech-dinger ich glaube ich muss mir seine unboxing scherie oder so zu in den letzten tagen und wochen kamen hunderte dinge weg keine tipp und sehr sehr wenig kam nach und ich habe jetzt da ja mal was für mich gekönnt ein gemütlicher abend das ist montag abend kein jahren wenn man das ist es ist mittlerweile ja 19 uhr nach 19 uhr und ich werde jetzt ganz gemütlich mit dir bastel abend machen einfach so weil ich das mal ausprobieren möchte liebe grüße an dieser stelle schweigh-hofer art youtube kanal müsst ihr euch unbedingt ansehen den typen verfolge ich schon seit ewig teiten und der hat angefangen leder zu bauen darf man das sagen keine ahnung youtube wird sich schon melden und da habe ich wieder an meine kindzeit gedacht und ich habe stunden tage wahrscheinlich kannst du das auch mit einer riesigen schaftel verbracht mit diesem teil und habe dann wieder richtig bock drauf bekommen und ja das ist einfach mal leider das ist dann gleich vorbei kannst du das auch einfach alles auspacken das ist immer wie weiner leider kann ich dieses video nicht live starten weil ich noch zu wenig abonnenten auf meinem kanal habe das wirst du jetzt hoffentlich gleich ändern abonnieren irgendwo oder nicht wie du magst du sollst spaß haben ja ich habe das hier ganz regional getaucht scherz so however jetzt geht es als basteln das am besten aber da kann man erinnerungen kennst du das stundenlange knien oder sitzen auf dem tisch auf einer decke ich habe ja auch eine decke und bis die beine und schmerzen unterrücken alter da gibt es mittlerweile eine app dafür jawohl die weiß da hat sich in den letzten gefühlt 100 jahren sehr viel getan aber die schneide sind für noch komplette seite zum kurzer check ob das video auch sieht gut aus ok 1 2 ja das ist ja ein rallye auto im moment ist die auswahl etwas gering um solche sachen zu kommen ja auch nicht ein riesen fan aber sonst online bestellen keine ahnung jetzt ist bastelzeit jetzt ist zeit für kreatives kreative sind das teil sieht schon mal ok aus ja so zwischenmenschliche kontakte sind im moment eher nicht möglich online zumindest ist recht cool wie kann man viel machen nutzt die chance wirklich so viele verschlafen das kommt in letzter zeit auch viele telefonate führen mit vielen leuten die schon lange nicht mehr gesehen haben und zwar unbedingt nutzen das sieht gut aus schon das falsche teil jetzt kennst du das am liebsten jemand kreuz und quer zusammenbauen und dann weiß man ganz genau nein schritt für schritt weil sonst kannst du alles wieder zerlegen kennst du oder ja würde mich auch über einen kommentar verfolgen oder zwei oder drei kommentare schreibt dich frei schreibt mir eine whatsapp ok der tuta arbeitet auch viele nebengeräusche soll so sein so was gibt es sonst neues ja in letzter zeit viel geblockt und geschrieben kreuz und quer zu diversen themen und ja es kommt es auch noch sehr vieles ist noch in den startlöchern da bin ich noch mittendrin vielleicht dann auch dann war online tutorials geben damit bekommen hast vielleicht homepage ist schon mal name ist neu facebook seite ist neu da ist alles noch sehr kleinen rahmen alles zweimal von denen das macht wieder spaß dann in kindheitserwinnerungen war ja was wird das das ist ein ich habe gesehen technik leger und ich war verliebt musste einfach sein das ist ein rallye lauter soll das werden da steht drauf topgear rallycar ich lasse mich überraschen eigentlich eigentlich ein unwahrt kommt ja alles weg und nur sehr wenig neues hinzu und das was hinzukommt überlege ich mir sehr genau und jetzt nach einigen monaten ist das eigentlich ja so das einzige konsum was ich jetzt gegönnt habe so war es ja voll kompliziert mit das ist ein differenzial nicht schlecht nicht schlecht sind die kleinen das sind ja wahrscheinlich siehst du jetzt ziemlich viel kopf liebe liebe grüße an diese stelle an alex du weißt schon wer alex gestern mit ihm telefoniert und dann hatte mir gesagt dass das mittlerweile schon ein markenzeichen von mir ist musste ich ein bisschen lachen ja ich habe schon lange keine haare mehr da oben ja es gibt viele die sich darüber aufregen für mich ist das voll ok mittlerweile ganz normal geworden also muss schon sagen tatsächlich in den letzten jahren war ziemlich viel getan ja es ist noch immer das gleiche es macht immer gleich spaß wahnsinn coole sache ja nein vielleicht ich hasse dass ich sehe schon batterien natürlich nicht im lieferumfang enthalten hast du die erfahrung auch schon mal gemacht ganz klar bekommst zu weihnachten etwas geschenkt was irgendwie mit strom läuft und im besten fall dann auch noch ein spielzeug ist und ja dann wärst du dann als kind das eigentlich schon die ganze familie damit gespielt hat und die batterien dann leer sind bis du es bekommst so ist es mir gegangen kann ich mich noch erinnern liebe grüße an meine onkels an dieser stelle ich habe damals einen roboter bekommen das war damals in den 80er jahren also damals vor gefühlten 100 jahren super cool ja was hat das teil können nichts also eine fernbedienung und das teil konnte irgendwie gehen mehr oder weniger ja ich habe es bekommen und batterie war leer und es gab tränen ganz gleich war es dann auch mit meinem ersten ferngesteuerten auto auch liebe grüße an meine onkels ja jetzt weiß ich wo der griff böse onkels ja kommt nein gar nichts böse wir haben einfach nur gespielt damit und war lustig und seite ich habe auch ausgeleert dabei seite wenn ich etwas verschenke vor allem an kindern sind ganz sicher immer volle batterien mit dabei liebe eltern merkt euch das und liebe onkels cooles teil ich glaube ich habe schon ein paar stunden bau hinter mir ja natürlich auch das erste schon falsch gemacht natürlich ja das soll man natürlich nicht gleich so zusammenbauen die haben sich ja was gedacht dabei die lego planer wann hast du dein letztes lego darf ein lego sagen keinem auf deutschland jetzt heißt es ja Kunststoff Blockdinger da wann hast du dein letztes gebaut wär voll cool gibt es da eigentlich so ein lego fans draußen ich bleibe mal so lego fetischisten ich war mal in meiner jugendzeit glaube ich auf so einer sammlerbörse hat das glaube ich geheißen oder tauschbörse nein sammlerbörse war das da kann man alles sammeln und da gab es auch lego sachen mit dem Rest künstliche Überraschungseier und keine Ahnung alles Streichhölzer Streichholzpackungen keine Ahnung voll genial was die Leute alles sammeln so ein rotes ich sehe schon wo kommt das der gestern wo kommt das der gestern und das ganze noch einmal ja ich dachte mal ich probiere das einfach mal einfach mal lego bauen Montagabend und gemütlich ja ein video davon machen keine Ahnung ich habe nicht mal geschaut ob man auf youtube überhaupt solche videos findet einfach mal machen aha da soll was grün und rot sein ok voll profi das ist gelb und rot so irgendetwas graues nein das sieht gut aus drei Fontänen das ist nicht so wie bei so einem schwedischen Möbelhersteller wo dann immer in Partei übrig bleiben sondern die haben sich da ziemlich genial was gedacht dabei eins zwei aha das geht so drei vier fünf blaue ich habe da eine riesen Kiste mit Lego und dann zum Schluss wenn man schon einige Modelle hat dann kommt das alles in eine riesen Schachtel und dann stunden Tage Wochen damit verbracht irgendetwas zusammenzubauen am besten irgendein Fantasie Raumschiff einfach was Spaß macht es ist wirklich schade als Kind ist man total kreativ hat man gehört in einem Podcast da gibt es so die klassische Frage ja wie du Kinder fragst wer singen kann sagen alle ich 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 und dann geht es noch so bis zur Volksschule gut und irgendwann da zeigen dann alle Kinder auf wer kann singen wer kann tanzen wer kann malen jeder zeigt auf jeder kann alles jeder macht auch alles und schade ja dann werden Kinder Kinder und sind dann auf einmal nicht mehr Kinder aber wenn man dann in einer höheren Schule fragt und fragt hey wer ist kreativ wer kann malen dann meldet sich kaum noch jemand schade so ein rotes Teil so ein rotes Teil so ein rotes Teil könnte das sein so ein graues so ein graues also die haben echt was gedacht ich finde das so genial Teile passen einfach zusammen die haben so ein paar tausend Standorteile und die kann man in unendlichen Variationen im richtigen Motto da gibt es ja noch in unendlichen Variationen zusammenbauen finde ich ziemlich cool ja da werden erwachsen wieder zu Kinder ja da werden erwachsen wieder zu Kinder ja da werden erwachsen wieder zu Kinder Alter soll ich jetzt versagen wo kommt das hin was ist das bitte schwarz was könnte das was könnte das cool und das kommt jetzt wieder aus dem P das kommt darauf hoffentlich sieht so aus natürlich natürlich wieder einen Schritt übersprungen ich sehe mich jetzt schon wieder irgendein Teil zerlegen so jetzt gehört das so und das Teil da gehört dann das sieht schon nicht ganz so gut aha tja schon macht es wieder Sinn so rauf so 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 hier steht zwischendurch so klassische Musik eigentlich höre ich kreuz und quer und zwischendurch muss das einfach klassisch sein so so ein schwarzes Teil jup zweimal Lied fällt mir gerade ein da gibt es super coole Videos zu flashmobs dazu ziemlich cool das gibt es noch ziemlich viel Zeit ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung So, da, so, 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 und versetzt, aha, das erinnert mich jetzt. Entschuldigung, falsch. So, das falsche Teil. Ja, und da gibt es Baustellen, die sehen sich einfach nur ähnlich, wie das hier. Und dabei ist es um 90 Grad verdreht. So. So. Na, also, gut, hier eines. Da. Das gehört rauf, das gehört rüber. Das gehört rauf und das gehört rüber. Na ja, wie? Ich finde es immer wieder faszinierend, wie das zusammenpasst alles. Dann wieder zweimal. Seite 25 von 110. Ah, das war schwer. Ja, das geschneit. So. Dann haben wir hier zweimal. Und zweimal. Hoffentlich. Ja. Ja. Es ist immer wieder faszinierend, wie die Dinge dann auf einmal Sinn ergeben. Und dann, so, dann brauche ich den fetten Oli hier. Zwei von den anderen. Einmal so und einmal so. Okay. Dann gibt es hier die blauen. Jetzt ist der. Und den Speck kommt die schwarzen. Und dann, so soll das Teil aussehen. Ich hoffe, das wird es dann auch hiermit. Ich bin gespannt. Aufs Bekleben freue ich mich schon. Das ist immer das, was am meisten Spaß macht eigentlich immer. Das ist dann auch schon der Abschluss und dann weil es man es geschafft hat. Okay, das wird ganz schön groß. Und dann, absolut faszinierend, so viele Kleinteile. Und dann passt das zusammen. Ziemlich cool. Ja, das macht schon Sinn. Okay. Da steht irgendein Text dabei, der sick does not talk ever. Ach, wie genial, das ist doch tatsächlich. Jetzt check ich es erst. Top Gear Ready Car. Und bei der Serie Top Gear gibt es den sick. Das ist der Rennfahrer. Der ist, jetzt check ich es erst. Ist der da oben? Oh ja, das ist dieser Typ hier mit dem Helm. Und den sieht man nie. Und der spricht nicht. Und scheinbar ist das hier echt was. Für Erwachsene, yes. Und das ist der sick. Und da steht eine Beschreibung dabei. Der spricht nicht. Das wissen wir. Okay, da gibt es ein volles Story dazu und so weiter. Wie genial. Ja, wie immer gesagt, das Spielzeug ist echt für Erwachsene. Obwohl es in der Kindheit auch immer genial war. Da hat man halt einen anderen Bezug dazu. Und das soll jetzt da drauf. Und dann ist es auch da drauf. So, einmal das kleine Zahnrad. Seit 14 Jahren als Techniker hat man hier voll die Freude. Da ist hier teilweise die Maschinenelemente umgesetzt haben. Ich finde das voll linear. Außer es fällt ein Teil. Nein? Über diesen Teil hat mir eigentlich noch nie etwas gefehlt. Das war immer da. Man musste es nur suchen. Sucher suchen, Finder finden. Finde ich genial. Hier soll irgendwo dieses kleine schwarze Teil sein. Wie schaut das nochmal aus? Ha! Das ist nicht schwarz, das ist grau. Natürlich sollte man es wieder richtig zusammenbauen, richtig halten. Dann klappt das schon. Ja, eigentlich, wie schon gesagt, live wäre sicher lustiger gewesen. Auf Instagram könnte ich streamen. Das werde ich noch machen. Ich mache jetzt diese Seite noch fertig. Und dann werde ich noch einen Stream starten. Macht doch gemeinsam viel mehr Spaß. Dann haben wir hier zwei blaue. Und diesen einen schwarzen. Okay. Jetzt bauen wir es gleich auf der anderen Seite zusammen. Voll genial. Also das hier drauf. Passt voll gut. So, weiter geht's. So, Lego live bauen. Wie cool. Hier live, hier live. Ich glaube das. Bleibt dran. Okay. Vielleicht habe ich jetzt Instagram live geschalten nach. Hallo. Das sieht tatsächlich, ich werde so unglaublich. Okay, coole Sache. Ja, ich bin hier gerade am live Lego bauen. YouTube-Aufzeichnung läuft. Und, ja, jetzt habe ich mir gedacht, weil ich YouTube nur aufnehmen kann. Ich hoffe, der Ton ist gut. Okay, ich hoffe, der Ton ist gut oder einigermaßen brauchbar. Und, ja, Montagabend und wir bauen Lego. Ganz einfach. That's it. So, ich suche hier schon das nächste Teil. Ja, ich bin hier gerade am durchtesten von diversen Online-Medien und Co. Und, da gehört das natürlich auch dazu. So, ich suche jetzt das gleiche Teil wie vorher. Also, gebastelt wird hier folgendes. Wo ist denn das Schachtel weg? Und, ja, spontan. Einfach so. Warum? Weil ich es kann. Und das sieht tatsächlich, ich höre zu. Ist doch lustig. Ja, so kann man seine Zeit auch auf der Couch verbringen. Hallo, der nächste kommt. Lego-Basteln live. Let's go. So, dieses Teil hier. Sehr gut. Ja, gebastelt wird hier ein Lego-Teilchen. Weil ich schon ewig nicht mehr Lego gebastelt habe. Und, das musste einfach mal sein. Wie cool ist denn das, bitte? So, ich hoffe, die Ton ist okay. Hoffentlich. So, dann haben wir zweimal diese Abdeckung. Ich bin sehr gespannt auf das Teil hier. Okay, das soll hier quasi die Bremsscheiben simulieren. Ich stehe auf das Zeugs. So, jetzt brauche ich acht von diesen hier. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und zwei von diesen hier. Wer baut auch gerne Lego? Ich finde das genial. Ich habe gerade vorher auf YouTube geschaut, zu diesem Teil hier. und da, weiß ich nicht, haben sich ein paar extrem schwer getan damit. Noch ist es ganz okay. Ist halt Technik-Lego. Ha, Bernd! Hi! Hat eine Anfrage für einen Auftritt in deinem Live-Video gesendet. Ich kenne dich zwar nicht, aber... Live-Gehen mit... Warum nicht? Proben wir es aus. Wenn das da so steht, habe ich noch nie ausprobiert. Hallo! Hallo, was ist denn was? Grüß dich! Ja, ist das cool! Es ist jetzt nicht nur live, sondern auch einer live dabei. Jetzt mache ich zuerst ein Ball. Ebenfalls ist für mich auch Premiere. Du bist dann auch auf YouTube. Nur als Info nebenbei nehme ich auch kein YouTube-Video auf. Oh, nein. Wer kommt so gut? Aus der schönen Steiermark. Von Graz direkt, oder? Ein bisschen außerhalb von Graz, ja. Es ist noch nicht der Arsch der Welt, man sieht ihn aber schon ganz gut. Von wo kommst du? Schnee. Bitte? Hat sich viel Schnee? Ja, einigermaßen, aber für uns Steirer ist es nicht so tragisch. Also, normaler Winter wieder einmal, ja? Ja. Von wo kommst du? Es ist noch ein bisschen leicht angezuckert. Von wo kommst du? Aus Wien. Aus Wien! Nein, ihr seid ja den Schnee überhaupt nicht gewohnt. Na, ach, du hast recht. Also, ich brauche keinen Schnee im Gehen. Keiner braucht Schnee. Nein, schon, Schnee ist... Nein, sag mal so, am Land schaut es super aus. Nein, es ist ja schön, also... wo man in der Stadt bauen kann. Ja, vollverständlich. Ja. Ja, voriges Jahr und diese Zeit war ich eigentlich am Meer. Für heuer war es auch so geplant. So wie ich. Also, wollte ich heuer nach... Mann, voriges Jahr wollte ich nach Tunesien fliegen. Ja. Und ich gehe einmal im Jahr buchen, bei einer Ferienmesse in Wien. Okay. Und ich war nicht Urlaubsbuch, nichts. Okay. Das habe ich nicht gewusst wegen Corona. Habe ich alles nichts gewusst. Das ist kult, der ganze Scheiß. Ja. Ja. Jetzt ist natürlich alles zu. Jetzt kommt auch nichts Hilfe, mehr nirgends. Ja, klar. Das ist ja scheiße. Na ja, kreativ werden. Also, ich fange gerade zum Lego bauen an, also. Und? Ja. Na, jetzt ist aber... Scheiße, muss keiner machen. Genau. Verzweifeln sollen andere. Man muss die Zeit einfach kreativ nutzen. Ja. Der Mikkel schaut so... Leute gibt es, die dazuschauen, das ist ja unglaublich. Ihr schaut alle, ihr schaut alle wie die Blöden zu, wie ich da Lego baue. Ich finde das genial. Ja. Das ist die Quality, genau. Ne, stimmt. Ne. Ne. Ich bin gerade am Ausprobieren diverser Online-Medien, ja. Und wie man sie sinnvoll nutzen kann. Ja. Und, na gut, Lego bauen ist jetzt noch nicht ganz so, sag ich mal, die sinnvollste Variante dazu. Ja. Aber ich teste mir jetzt da gerade den Instagram-Livestream und die, ja, eben Ringlichter oben und alles Mögliche und mal sehen, was sich daraus ergibt, ja. Ja, sicher. Alex ist auch da, grüß dich. Lego ist cool, ja, voll cool. Ja, wenn ich das kann. Da habe ich früher gerne gespielt. Ja, bei mir ist es auch so gekommen. Also in meiner Kindheit extrem viel Lego gebaut, ja. Und, das ist dann irgendwie, naja, man wird alt, naja, man kommt ab davon und dann, naja, jetzt muss das einfach wieder sein, ja. Ja. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das stimmt. Was treibst du sonst auf? Ja. Außer Instagram-Livestream? Ja, ich bin, ja, sagen wir so, ich bin jetzt ab und zu nicht drin, sonst überhaupt gar nicht. Okay. Weil, weil er bewusst tätig, weil er beim Bundesheer, im höchsten Teil beschäftigt. Okay, ja, super. Na ja, ist nicht mehr so super, wie es einmal war früher. Okay. Und bei dir? Ja, Job, Job und Job, also ... Ja. Ich glaube, ich glaube, ich falle in die Kategorie Workaholik, also mir ist nie fahrt. Ja, ich meine, jetzt im Moment ist halt viel Zeit für, ja, viel Zeit für Neues. Ganz einfach eigentlich. Ja, sicher. Ja. Ja. Also eh schon seit dem ersten Lockdown jetzt schon die Zeit genutzt, um neue Sachen aufzubauen und, ja, einmal umzuschauen und, ja, so wie jetzt einfach einmal im Internet Lego zu bauen. Warum nicht? Ja, sicher. Ja. Aber was willst du wirklich noch machen? Nur Fernsehschau-Musik, eigentlich ist ja auch nichts. Nein, eh nicht. Nein. Also Fernseher habe ich nicht mal. Das fällt eh komplett flach, ja. 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 Ich hoffe an, dass dieses scheiß Corona bald vorbei ist. Ja, es wird schon werden. Ja, aber es ist sicher. Ich bin gesagt, bis hierher wird es sicher noch andauern. Das ist ... Ja. Das ist ... Damit muss man rechnen, ja. Ja. Wenn, dann kommt wenn. Die Zeit einfach genießen und, ja. Was soll man machen? Ja. Das Beste jetzt auch machen. Genau. Viel lesen, entspannen, spazieren. Wie schafft es in Wien mit Spazierengehen aus? Ist das möglich noch? Ja. Das geht eh noch, Gott sei Dank. Ja. Aber so wie bei uns in Wien, gegen so viele Leute spazieren, das ist ein Wahnsinn. Ja. Und natürlich sehr viel alte Leute. Ja. Junge Leute sind eigentlich weniger jetzt. Naja, solange ... Solange das Internet geht, wird die Jugend wahrscheinlich eher weniger draußen sein. Richtig. Ja. Du sagst jetzt. Nein, es ist bei uns auch so, wirklich am Land auch, ja. Es ist ... Es sind sehr, sehr viele spazieren, ja. Von der Altersgruppe her aber komplett bunt gemischt, erstaunlicherweise. Also von ganz jung bis ganz alt alles dabei. Ja. Aber es ist halt, ja ... Obwohl bei uns sehr, sehr viel Platz ist, trotzdem auch schon alles sehr überfüllt, ja. Ja. Also die Standardplätze, also da muss man schon ein paar Insiderplätze kennen, dass man ein bisschen Ruhe hat, ja. 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 Aber ich kann zum Zähnungsmaß. Du kannst jetzt hoffen, dass bald vorbei ist, der ganze Spuck. Ja. Und gehst du auch impfen, oder? Du, noch keine Ahnung, noch steht es nicht an, noch muss es nicht sein. Und dann schauen wir mal, wenn es dann soweit ist, werde ich mir das spontan überlegen. Ja. Also, wir haben jetzt Bescheid, wir wurden jetzt halt gefragt, ob wir impfen können wollen, oder nicht. Ja. Dann wird mir ein demnächst geimpft. Ja, natürlich, wenn es berufsbedingt und so weiter ist, dann geht es nicht anders, ja. Ja. Mal abwarten, ja. Richtig, du sagst es. Sag mal, ich muss nicht gleich bei den ersten dabei sein, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, ja. Das werden wir dann auch sehen, ja. Das wird auch spannend, ja. Ja. Das bin ich auch gespannt. Da sehen tatsächlich Menschen zu, ich finde das unglaublich. Ja, das ist interessant, mit Lego spielen. Ja, wirklich? Ja. Das sehe ich auch nicht immer. Ja, eh. Nein, also, das war jetzt wirklich eigentlich eher spontan, sehr spontan, ja. Und, wie dachte ich, ich probiere es einfach mal. Ja. Und vor allem, mir macht es Spaß, das passt dann eh. Ja. 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 Sieht man überhaupt das Lego-Teil da? Also, soweit bin ich schon. Sieht man das? Ja, das sieht wirklich geil aus. Das sieht man eh. Ja. Ja. Ich war voll überrascht. Also, das Teil ist wirklich voll Hightech. Es gibt auch noch eine Handy-App auch noch dazu. Irgendwie kann man das dann mit einer Handy-App steuern oder so. Also, das Lego-Zeug ist mittlerweile ziemlich, ziemlich Hightech geworden, ja. 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 Es wird auch schon langsam wieder populär wieder. Wirklich? Okay. Ja. 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 Ich glaube, das ist jetzt halt auch ein toller Zeitvertreib, ja. Ja. Für die Kinder überhaupt jetzt dann. Ja. 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 Mit Kindern ist es jetzt, ja. Bis am 8. Februar. Was ist zu? Ja. Was ist zu? Die Schulen. Also, die Schulen. Ja, ja. Natürlich. Hi Sandy. Ja, das ist voraussichtlich mal, ja. Ja. Aber ich soll es immer länger zulassen, zu bleiben. Ja. Davon gehe ich auch aus, ja. Ja. Es ist halt für alle neu und, naja, bei mir jetzt schon neun Monate, bald zehn Monate das ganze Jahr, ist es halt noch immer, es passiert halt immer was Neues, ja? Ja. Das stimmt. Also, ich glaube, ich habe mich da jetzt schon das erste Mal verbaut. Gehört das so? Nein, ich nehme mal an, das gehört noch so. Der Bernd ist auch da. Servus Bernd. Wer ist das? Jabbis Photography. What are you making? Lego. Lego Basteln. Alter, jetzt ist, guck mal, ich muss die ja nebenbei schauen an. Ich bin da voll aufs Lego bauen fixiert. Livestreamern ist ja total was Ungewöhnliches. Aber es macht Spaß. Ich glaube, ich werde das öfter mal machen. Bernd sind so. Yes. So, jetzt ist der Livestream wieder weg. Vier Personen sind so. Hallo, hallo. Ihr seid irre. Ihr schaut einem Wahnsinnigen zu, der auf der Couch gemütlich Lego bastelt. Aber, wenn es euch gefällt. So, und ich bin da eine Seite übersprungen. Alarm. Alarm. Ich bin eine Seite übersprungen. Und das ist beim Lego ganz, ganz blöd. Das wissen wir. Zahnrad. 1 zu 1. Sieht gut aus. So eine Zahnwelle. Ich brauche ein Zahnrad. Ich hoffe, die Videoaufzeichen sind knapp. Bernd klatscht. Yes. Bernd, was treibst du so an? Ewig schon nichts mehr gehört von dir. Mir fällt ein Zahnrad. Zahnrad. Hmm. Sind eh schon so viele Teile weg. Tausend Interessen. Hallo. Willkommen beim Live Lego bauen auf Instagram. Mir fehlt ein Zahnrad. Habe ich da ein Zahnrad verloren? Dann sieht jemand ein Zahnrad. Ja, anderer Bernd. Ist richtig. Wir sehen unsere Zeit wird wieder kommen. Und dann machen wir richtig geiles Shooting. Dann machen wir einen Fotoworkshop am Meer. So schaut es aus. Mit Model und allem. Da ist es. Die Zeit wird noch kommen. Das hoffe ich. Ja, natürlich. Anderer Bernd. Bernd war bei einem Fotoworkshop. Wir waren noch vor dem ersten Lockdown. Im Jänner war das, gell? Da war die Welt noch in Ordnung. Hat noch Spaß gemacht. Fotoworkshop im Studio. Ganz entspannt. Na, das werden wir uns mehr verlegen. Ganz einfach. Packen wir ein Model ein oder buchen wir dann dort eines und dann geht es ans Meer. Oder weiß ich nicht. Venedigra. Alles möglich. Oder fliegen wir Dubai. Das war die Größen wahnsinnig, gell? Das wird eine fette Fotoshooting-Party. So, zwei Personen sehen noch immer zu. Sehr cool. Dann zwei Grauen. Grau ist gut, aber aus. Also wer möchte, ich erwähne euch auch gerne. Oder so wie Bernd zum Beispiel, eine Fotoseite. Kein Problem. Es läuft nebenbei auch eine Aufzeichnung für YouTube dann. Die wird da wahrscheinlich heute nicht mehr online gehen. Vielleicht. Naja, das Internet war schnell genug. Und dann erwähne ich euch natürlich auch. Michi, hallo, hallo. Der Nächste, der zusieht beim Lego-Baum, finde ich cool. Ja, das ist kreatives Arbeiten. Das heißt, ich habe einen Teilverlangen. Mir fehlt da noch eines. Da. Ja, okay. Kein Problem, Bernd. Das muss ich zweimal bauen. Ist das richtig? Ha! Da haben diese Teile. Oh, ich muss echt langweilig sein. Wie schaut es mir beim Lego-Bauen zu? Und ich bin mir ganz sicher, es macht bei mir beim Baum mehr Spaß, wie bei euch beim Zusehen. Hm. Jetzt fehlen mir. Es werden die Teile immer weniger. Kennst du das? Wow! Wer kennt das? Reifenstapel-Baum mit Lego? Wie geil. Was? Wie viel ungefähr ist das? Ja, der Reifenstapel. Der legendäre Fäckchenstapel, oder? Wer hat schon immer geträumt, von einer Werkstatt, wo man die Fäcken so stapelt? Yes. Was wollte ich jetzt da? Die grauen Teile. Die grauen. Ja, es werden immer weniger Teile und es sind allerdings noch so verdächtig viele Seiten und so verdächtig wenig Teile. Aber es wird sich schon ausgehen irgendwie. Das soll da jetzt drauf. Vorsache. Das Lenkgestänge ist auch schon vorhanden. Ich hoffe, das Video läuft nach. Das habe ich schon zusammengebaut. Das kommt jetzt da drauf. Hallo Tanja. Grüß dich. Willkommen beim Live-Lego-Bauen auf Instagram. So, dann ein Seitenteil. Das wird noch cooler. Mhm, das kommt hier vorne drauf. So, ich mache jetzt einen kurzen Check, ob die Videoaufzeichnung im Video-Tube noch läuft. Sieht gut aus. Sieht super gut aus. So, weiter geht's. Wir brauchen... Einmal, zweimal, einmal, zweimal, einmal, zweimal. So, dann schauen wir ein bisschen die Seite. Einmal, zweimal. So, dann schauen wir die schwarzen. Hallo Rebekka-Sophie. Willkommen beim Instagram Live-Lego-Bauen. Wer etwas sagen möchte, einfach reinquatschen und... Ja, dann quatschen wir drüber. Das war jetzt ein sehr schlauer Satz. Der absolut keinen Sinn ergeben hat. Lacht aber nichts. Klingt blöd. Ist aber so. So, ich bin noch immer hier bei der... Ich nehme mal an, Vorderachse. Das nimmt schon langsam. Das ist verkehrt. Hier. So. Und so. So, wo kommen die Teile hin? Ich glaube, das wird ein spaßiges Teil. Sollten Rallye-Auto werden. Und... Ja, ich nehme es schon vor mir an. So, sechsmal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und hier. Eins. Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs. Da winkt jemand. Hallo. Wie cool ist denn das bitte? Also der hat jetzt da... Ha! Da soll hier quasi die Auslassrohre vom Motor simulieren. Wir haben hier dann genau genommen uns einen krassen Sechszylinder. Yes! Das ist cool. Ich bin immer wieder begeistert von den Lego-Sachen. Auf welche Details die schauen und was die dann wirklich alles umsetzen. Ich hoffe, das sieht man dann im Video auch alles. Bitte ist das nicht cool. Daher Motor. Voll genial. Wer kennt das noch? Lego-Baum, bis die Beine schmerzen und der Rückenschmerz und die Finger schon fast wund werden. Und hört man dann auf? Natürlich nicht. Wink fürs Leben. Boah, mit Turbo-Laura ist ja... Das ist ja genial. Also es wird da hier mit diesem Teil... Ich bin total begeistert von dem... Mit diesem Teil hier. Diesem. Und dem gelben hier. Den da. Das ist dann hier so. Und so. Und so. Das soll hier quasi einen... Turbo-Laura nachempfinden. Und ich habe da schon das erste Teil falsch verbaut. Das werde ich schön korrigieren. Das sieht dann so aus. Also hier haben wir da die eine Reihe vom Sechszylinder und hier den Turbo-Laura. Ist ja voll genial. So, was bauen wir jetzt noch? Zweimal. Eins. Dieses Teil hier brauche ich zweimal. Wie schon gesagt, die Teile werden weniger. Und dennoch finde ich sie immer schwerer. Da. Wie da. Eins, zwei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein Live-Bier trinken machen oder so. Oder keine Ahnung. Live-Buch lesen. Na, Buch lesen mag ich nicht. Da brauche ich meine Ruhe dabei. Musik und lesen, das geht. Ja, aber da mache ich nicht dauernd aus. Handy starren. Ausgleich zum Tagesprogramm. Ja, Michi, that's right. That's right. Ja, weißt du, tagsüber Zahlen, Daten, Fakt und so, Computer-Nerd-Sex und ja, Internet und alles drum und dran und jetzt einmal total was entspannendes und Lego bauen. Ist richtig, ja? Why not? Kann man? Ja, es ist zwischendurch so meine kreative Abschaltphase. Faser, weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung, ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. So, jetzt kommt dieses Teil hier, das kommt jetzt auch drauf. Boah, was wird kompliziert, das kommt und da ist alles drauf. Zweimal die schwarze Ding her. Eins, zwei, die kommen hier hin. Wer hat sich beim Lego-Bauen schon mindestens einmal verbaut? Also, mindestens einmal. Aber nur einmal. So, dann haben wir das da. Andi schaut zu. Hallo Andi. Ich kann gerade nicht zurückwinken, ich habe gerade alle Hände voll zu tun mit dem Baum. Also, winken geht schon. Was haben wir da? Ha, die Petra, hallo. Tja, die Conny. Ja, hallo, hallo, jetzt geht es ja richtig rund. Schon lange nicht mehr gesehen, alle miteinander. Ich glaube, ich werde das öfter machen. Winke, winke. Ihr seid verrückt. Wer schaut schon jemanden beim Lego-Bauen zu? Ach, man sollte alles machen, was da drauf steht und nicht wieder eine Seite überspringen und vor allem die Teile richtig zusammenbauen. It's Lego-Time. Yes, it's Lego-Time. Genau. Vollkommen richtig erkannt. Montagabend. Eine gute Flasche Wein. Das ist ein Scherz. Ochsen-Schnaps heißt das bei uns in der Steiermark. Das nennt sich Wasser. Und das Teil soll ich da drauf? Ich hab schon wieder was vergessen. Das kann nicht passen. Hm. Sieht aber gleich aus. Hier fehlt noch was. Das Teil hat liebe Grüße zurück. Wann sehen wir uns wieder mal? Also nach Corona halt. Wieder mal ein verrücktes Shooting. So. So, jetzt bin ich jetzt da schon. Das ist das Vorderteil jetzt da. So. Yo, yo, yo. Genau. So, was ist das jetzt da? Ich hab schon Rückenschmerzen vom Sitzen. Und das Arge ist immer, das Bauen ist total lustig. Und dann, wenn es fertig ist, stellt man es ins Regal und lässt es einfach verstauben meistens. So, ich hoffe, das sind alles die gleichen. So, jetzt bauen wir das Gleiche noch einmal zusammen. Nur spiegelverkehrt und hoffentlich richtig. Ah, im Hintergrund läuft gerade klassische Musik. Die Allküre. Ich hoffe, ich hab das richtig ausgesprochen. Ich bin schon gespannt, ob mich YouTube dann schneiden wird oder rauswerfen wird. Ich lass mich überraschen. Aber ich merke schon, es ist viel lustiger, wenn wer zusieht. Ich werde dann bald wieder einen Livestream machen. Das macht richtig Spaß. Wer sieht noch zu? Wer ist noch dabei? Aha. Ich hab schon wieder was vergessen. Das kleine Teil gehört noch oben drauf. Das nimmt jetzt schon die Form. Ich nehme ihn mal an von einem Radkasten an. Das könnte dann bald werden. So, eigentlich akkuert. Was haben wir noch? Ah, schauen wir, die Hälfte. Es geht ruckzuck dahin. Jetzt gibt es was Weißes. Was ist das? Nein, das ist es nicht. Ich schätze, das wird jetzt der Motorharmdeckel sein. Spannend. Das ist der Motorharmdeckel. Nein, das ist er nicht. Was kommt da jetzt? Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, dann gibt es das in Weiß. Das könnte hinkommen. Da kann man schauen, da kann man schauen, da kann man schauen, die ersten Aufkleber. Allerdings, ich mag die Aufkleber immer erst zum Schluss drauf geben, weil sie ist halt zwischendurch abkratzen. Und man sieht dann eigentlich eh recht schnell, wo sie hingehören. Das ist bei diesen Dingen nicht mehr cool. Die sind durchnummeriert. Ach, ich klebe gleich einen drauf. Das ist jetzt die Nummer 7, Live-Beklebung, Nummer 7. So, jetzt kommt da Geheimtipp fürs Folienkleben. Das fällt in die Kategorie. Darf man das sagen? Sicher darf man das sagen. Ich darf das sagen. Scheiß da nix, dann passiert da nix. Das geht sich von der Breite herzendlich genau aus. Gut. Gehen wir hier von der Seite rein. Pi mal Daumen rauf. Schwupp und schmerzfrei raufkleben. Ja, bitte, das ist perfekt. Hallo, Tami nehme ich an. Winke, winke. So, erste Kleber ist drauf. Dann haben wir hier... Ist es dieses Teil? Nein, ist es nicht. Oh, das ist es wirklich... Wo war es denn? Das hier? Im Blauen. Und die Teile hier? Ja. So, jetzt machen wir jetzt weiter. Und das kommt jetzt hier rauf. Das kommt... Das ist alles. Das kommt da rauf. So, dann haben wir jetzt mal so blaue Balken. Zweimal die. Eins, zwei Abstand. Eins, zwei Abstand. Und das kommt jetzt da... So rauf. Und... So rauf. Das sieht richtig cool aus. Was ist das? Aha, das sind so blaue Flügel. Da sind echt nicht mehr viele Teile da. Das muss hier bald... Ein Ende haben. Da kann nicht mehr viel sein. Aha, aber auch die blauen Teile sind unterschiedlich mit links und rechts. Und da als Geheimtipp, die sind auf der Rückseite hier beschriftet. Hallo, hallo. Grüß euch. Willkommen beim Lego-Bauen. Live Lego-Bauen auf Instagram. Es wird ein Auto. Also es wird eines. So soll es aussehen. So, dass ihr auch seht. So, was haben wir jetzt da gemacht? Ah, es geht weiter. Es neigt sich dem Ende zu. Einen roten. Einen schwarzen. Noch einen schwarzen Kipsi. Zwei Abstand. Auf so ein Teil. Und mit viel Glück sieht das dann so aus. Sieht gut aus. Ja, natürlich lebe ich noch. Grüße in die Runde. Grüße in die Runde. So. Das. Das ist falsch. Das ist fix falsch. Nein, das könnte gehen. Okay, und das gleiche. Na, das wird jetzt spannend. Jetzt kommt das zweite. Ich weiß noch immer nicht, was das ist. Das Dach ist das. Könnte das das Dach sein? Das ist das Dach. Oder soll eines werden. Warum fehlt da schon wieder was? Das hält. Okay. Und das da. So. Zwei Leute sind noch immer zu. Ihr seid verrückt. Halb neun läuft gar nichts im Hauptabendprogramm. Wahnsinn. Sieht sich tatsächlich wie an. Finde ich cool. So. Und jetzt, da kommt das Ganze. Wie gehört denn das? So. 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 Und da irgendwie drauf. Das wird wirklich das Dach irgendwie. Das ist das Dach. Also irgendwie. Ich stehe da vorne. Ich stehe da vorne. Okay. So. Ist das cool. Feine Sache So Aha, damit er sie weitergebaut Okay, zwei solche Die kleinen Eins Zwei Also das ist die Auch hier Wie kann man beim Irgendwann spontan Vorbeikommen Spontan wird schwer Vorbeikommen auch So Also ich habe jetzt da Und wie sieht man das da So hier Das ist das Dach Mit diesen zwei Streben hier Hält das dann Ich hoffe dann auf der anderen Seite noch Hier ist es noch zum Anmachen So Dann einmal Diesen Bügel Anleitung Dies ist nämlich immer so eine Anwesst ihr unbedingt schauen Bei der Lego Anleitung Und da ist dieses Dreh dich Dingsbums im Ball Und das bedeutet dann immer Dass man das ganze Teil Irgendwie Irgendwie so lange drehen muss Bis es wieder gleich aussieht Wie auf dem Bild Und dann ist das Hoffentlich in Ordnung So Und das hier Und Mir fällt schon wieder ein Teil Ich sage ja schon Es wird immer weniger Allerdings Ist noch so viel da Dass man immer Ostern spielen muss Immer auf der Suche Nach etwas Das Schöne daran ist Sucher suchen Und Finder Finden Ich liebe diesen Spruch So und das kommt dann jetzt Da da rauf Und das kommt dann Das passt wie Falst aufs Auge Nimmt Vorher mal an So jetzt brauchen wir einmal Diesen blauen Blau Und wieder so einbügeln Dann kommt das So das Kabeldremmung Ein bisschen schöner verlegen Nein nicht nur ein bisschen schöner Sondern Sehr schön Ich sehe gerade Die Kabel da drinnen Die sind ziemlich knackig Aber es geht sich aus Es geht sich aus Und das ist mir das Teil Noch übrig geblieben Und das kommt Hier rauf Jetzt fängt die Suche wieder an Wir haben hier einmal das Teil hier Das bauen wir gleich zusammen Wie gehört denn das hier? Das Teil ist spannend Aha So auf der Seite sieht man die Kontur So gehört das Das gleiche ja Das hier rauf Das hier rauf Ganz sicher Cool Das wird wahrscheinlich Mal eine richtig coole Seitentür Lessigst So Ach da kommt ein Geber drauf Und zwar der Aufgeber Nummer 6 Das ist Dieser da Zackig knackig Drauf halten Und kleben That's it Easy cheesy So Dann Das so Dieses Teil hier Mit dem blauen Und das kommt dann So her Und das Teil Kommt dann Hier auf dieser Seite So rauf Hm Gut Vorher habe ich noch gesagt Das kann ja nicht so schwer sein Jetzt ist es allerdings so So dass dieses Teil hier schon Nicht mehr Passt Weil Weil ich Dieses Teil hier Falsch montiert habe So Und schon Also das Lego Ist da echt ein Wahnsinn Wenn man es richtig zusammenbaut Funktioniert es auch So Jetzt bauen wir die gleiche Tür Noch einmal Ganz klar So Die zwei Stifte Hieran Den Da drauf Aufgeber Nummer 3 Er ist noch da 20 Uhr 39 So Jetzt haben wir das da Es ist bald geschafft Es Kann nicht mehr viel sein Weil es sind hier nicht mehr Viele Teile So Und jetzt nutiere ich das hier So Und das hier kommt Da rauf Und da Da rein Schön parallel Und dann nimmt das Ganze In gewohnten Lego-Manier Richtig Festigkeit an Yes, yes, yes Aufgeber ist drauf Sehr cool Es geht weiter Einmal Dieser schwarze Lange Balken Mit 13 Löchern Sehr gut Und jetzt Da werden noch Ups Die zwei hier Durch die Fahrerkabine Durch Ah, da sehe ich die Kabel Ein bisschen wieder Clipsy Clubs Und Festgemacht Und wenn man hier dann drinnen Natürlich schön die Kabel verlegt Dann geht sich das auch perfekt aus Die haben sich nicht was dabei gedacht So Jetzt da kommt hier so eine So So Ist es jetzt da Dann kommt hier Dieses schwarze Teil Sieht auch schick aus So sieht das aus Und da kommt jetzt drauf Aufkleber Nummer 11 Aufkleber Nummer 11 Ist hier Was ist denn da oben und unten Ah Okay Auch so ein bisschen Mittig Das sieht gut aus Und hält Wahnsinn Grüß dich Willkommen beim Live-Legobau Auf Instagram So Das ist jetzt hinten die Stauhstange Sieht ja cool aus Sehr frem So Nächste Seite Kurzer Video-Check Läuft alles Läuft alles So Wahrscheinlich läuft der Handy-Speicher jetzt davor Man sollte sich auch rausgehen 1, 2 1, 2 Und hier die kleine Sehr cool Das erste Teil gehört so Kommt wo hin Bin ich hier noch richtig Das gehört dann so So Und So Und hier drauf Dann Zweimal Ah da kommen jetzt hinten die Die Rückleuchten Ich muss mich wieder umsetzen Dazu braucht man Dieses Teil Und dieses Teil So wie länger ist es denn Rot und Blau Ah das ist gut gemacht Okay Das ist noch Die Lappen sind noch gleich Gleich wie immer Da kann man jetzt die roten Rückleuchten drauf Das sieht so aus Und hier wieder Blauer Stift Blauer Stift Rotes Lämpchen Und Rotes Lämpchen Das kommt dann wieder So Schräg drauf Hier Ja Das ist Nicht gleich vorbei So Rot Jetzt kommt schon die Stoffstange Rot Blau Die Länge passt Ja Und zweimal den Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Okay Das ist der Hex Spoiler Wie cool ist denn das Bitte Und jetzt kommt Hinten Der Hex Spoiler Ich bin dann schon gespannt Das soll es auch noch eine App dazugeben Und Keine Ahnung was noch alles So Und hier haben wir hinten noch zwei Löcher Da kommen die Teile noch rein Hallo Wenn sie Oder wie auch immer Hallo Beim Live-Lego-Baum So Ich trinke mal einen Schluck Kräftiger Schluck Wasser So Was kommt hier hinten nach Sehr cool Mit diesen schwarzen Ohren Wer sieht noch zu Schreibt mal Hallo Oder so irgendwas Kommt das jetzt hin So kommt das aus Okay Bin schon gespannt Was da rauskommt Dann brauchen wir diesen Weißen Schwarzen Stifte Servus zurück Hallo Hallo Was verschafft mir die Ehre Beim Live-Lego-Baum Zu zu sehen Werner Hey Eines frei Und Das gehört so Mal sehen Und das dann so unten rein Und jetzt da kommt Aufkleber Nummer 10 Okay Normal beklebe ich die Wirklich im Rest zum Schluss Aber Ja es macht keinen Spaß Es macht gerade Spaß So Aufkleber Nummer 10 Und Aufkleber Nummer 5 Mit Das SIG Wo sieht man das hier Das SIG Sehr cool Der Aufkleber ist mir aber Ziemlich groß Für das Weil es das falsch ist Weil es das falsch ist Gut Solche Side Twings Gibt es scheinbar Nein In unterschiedlichen Größen Jawohl Einmal groß Einmal klein Ich habe natürlich Den Falschen Genommen Und dann passt auch Natürlich Danke Werner Tschüss Baba Was auch immer du vorhast Und danke fürs Vorbeischauen Und Ja danke Schönes bauen noch Definitiv Das ist schönes bauen Das macht Spaß So Und wo kommt das Teil jetzt hin Das Teil ist so Wo kommt das jetzt drauf Ich vermute mal Ich habe schon wieder was vergeissen Aber fix Das muss hier irgendwer da halten Sieht man nichts Sieht man nichts Sieht man nichts Da ist nichts Okay Dann gehört das so Und zwar Das kommt hier drauf Und das liegt da Lose Drin Da kommt sicher noch was Heilis Grüß dich Willkommen beim Live-Lego-Bau Und wieder weg So Jetzt bauen wir das zweite noch einmal Schwuppdiwupp 1, 2 1, 2 Dann kommt jetzt da Das Daher Und zwar Quer Wichtiger Spruch Nur quer bist wir So Aufgeber Nummer 12 Handy Also Das erste Handy Der Akku hält noch immer Am zweiten läuft wahrscheinlich gerade dann Bald der Speicher voll Aber es sieht sich eh keine in zwei Stunden wieder an Dann Aufgeber Nummer 14 So Und das kommt jetzt da Natürlich Aufgeber Auf die andere Seite Das kommt hier hin So Dann kommt jetzt so eine weiße Abdeckung Und so ein Stift Und schon macht das Sinn Jetzt ist das Auto wieder So 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 Die haben sich schon was dabei gedacht Diese schlauen Lego-Füchse Ich zeige dir das gleich dann auf der anderen Seite Weltklasse hier der Kopfflügel Das machen wir dann natürlich auch noch Ein zweites Mal Mit Diesem Stift Und das kommt dann hier einmal darauf Und dann Dadurch Und schon hält das Ganze Bombenfest Hallo Der nächste ist da Grüß dich Ich komme aus dem Live-Lego Sidewings sind das Wie cool ist das bitte Einmal Teil Nummer 22 Das ist da Bin also Und jetzt da kommt Aufkleber Nummer 20 Wieder mit Viel Gefühl Und Ohne Genieren Drauf So Auto ist jetzt So So Und dann kommt das da hinten Boden Da rein Und mit Mit einem Roten Stift Dann Hier oben Fixieren Und jetzt kommt die große Überraschung Die nächste Seite Wahrscheinlich genau Andersrum So 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 Ist das Hier haben wir Teil Nummer 21 Haben Wieder den Schwarzen Splint Hier Unten So Rote kommt dann oben Und da kommt jetzt Aufkleber Nummer 17 Rauf Aufkleber Nummer 17 Und wieder mit Gefühl Freiem Auge Ohne Spannung Einfach Rauf Reinklipsen Und mit dem Stift Hier Fixieren Das wird Ein Spaß Ein paar Stunden Video Rendern So Blau 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 Jetzt kommen wir glaube ich zum Heckspoiler Jetzt machen wir die Orangenteile Wie cool Das kommt hier einmal Hier hin Wie das so genial Im Lego Der Kunststoff Ist genau So hart Dass er hält Und so weich Dass er sich Das Zusammenbauen Leicht verformen lässt Die haben sich echt was dabei gedacht So Da kommt jetzt links und rechts Ein Aufkleber Auf Nummer 16 Und 18 Ach herrje Ok Der ist schief geworden Kein Problem Ich habe schon in der Schule gelernt Schief ist englisch und englisch ist modern Und somit passt das Das ist aerodynamisch in diesem Fall So Jetzt kommen diese kleinen Teile da Die gibt es sogar schon beim Kinder Lego Die gibt es immer Da mit diesen kleinen schwarzen Teile Was wird das jetzt da Die Seitenspiegel Ich glaube es nicht Das Auto hat sogar Seitenspiegel Da muss jetzt aber noch einer sein Weil er bekanntermaßen ein Auto Zwei Seitenspiegel hat Hier Sehr gut Und die zwei Stifte So Wir bauen zusammen Den da Den da Den da Und da kommt jetzt ein kleiner Aufkleber Und zwar die Nummer 13 Ja natürlich Und was soll anders draufstehen Außer Speed So Das ist ja dieser Außenspiegel Und Jetzt habe ich mich mal Den Teil vergessen Der kommt da Ganz vorne hin Und das gleiche Jetzt nochmal zusammengebaut Weil Wie schon gesagt Wir natürlich Zwei Außenspiegel haben Der kommt hier So rauf Das so rein Und hier kommt Aufkleber Nummer Auch 13 Und hier steht natürlich auch Speed Drauf Dann haben wir einmal So ein langes Teil Wo kommt das hin Auch vorne Sind wir auf einmal wieder Vor der Ecke gelandet Dann Zweimal so ein Ein ums Eckteil Eins Zwei Cool Also auch diese blauen rauf Eins Zwei Zwei Zahnrädchen hier Da rauf Und eins Und zwei Ja Mal schauen was da rauf kommt So jetzt wird es Neun jetzt wird es ruhiger Auf Instagram So hier haben wir Alles die gleiche Nach drei sind Dann klingt das gut Weil Da ist ja einer Für da vorne Zwei Wahrscheinlich Für die vorderen Codeflügel Schauen Da kommen jetzt drauf Aufkleber Nummer Acht und Neun Acht und Neun Viel kleiner Sollten die dann Auch nicht mehr Sein Ach Das war mächtig schief So Dann bauen wir zusammen Dieses Teil Charterbuch zieht zu Hallo Willkommen Und willkommen Auch auf YouTube Kannst du ein bisschen Werbung machen Wenn du es möchtest Willkommen beim Live Lego bauen So Gebaut wird ein Rallyeauto Lego Rallyeauto So Aufkleber 21 22 22 Sieht stylisch aus Hier Sieht man das Ich schätze mal Dass wir da Motorhaube werden Yes 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 Das ist tatsächlich Die Motorhaube Und ich kann es Nicht fassen Die Motorhaube Geht natürlich Nein Die Motorhaube Geht natürlich In gewohnter Lego Manier Zum Auf und Zumachen Oder Wenn das Nicht cool ist So Dann Sind jetzt Da schon Bei der A Und B Säule Wie es aussieht Brauche ich Diese Stifte Dann Die passen Einmal Ein roter Hier Und das Da Und dann Kommt das Hier So rein Das ganze Bau Jetzt noch Einmal Hier rein Und hier rein Und das Das kommt Das kommt Jetzt da Hier rauf Ein Dach Ein Dach Gleich mit dem So Dann nimmt das hier Formen an Und hält Bombenfest Und bitte Das ist cool Was bauen wir Jetzt Das hier Das ist hier Dieses Teil So Einmal in schwarz Einmal hier Blau durch Rock'n'roll Rock'n'roll Und schon Falsch So Das geht Darauf Sieht gut aus Und es kommt Aufkleber Nummer 25 Der ist gut Dauer aus Nein Ist er nicht Das ist jetzt Schwarz So Sehr gut So Und wo kommt das Teil hin Das Auto Steht hier So 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 Ja Es ist Kinderspielzeug Und man sollte Nicht zu Große Finger Haben Es geht Allgends Trotzdem So Jetzt bauen Das Ganze Noch Mal Natürlich So Dann hier Wieder Dieses Teil Ein Schwarzen Hier Muss ich Aber Aufpassen Ein Blau Wenn es fertig Ist So So Aussehen Cool Oder Richtig Freshes Teil So Ich beklebe wieder Aufkleber Nummer 26 Das Teil kommt so her Rot ist vorne So So Hops Und Clips Clipsi 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 Ich muss das noch mal herzeigen Motor am Deckel Aufmachen Aufmachen Mit den Zylinderauslässen Und Turbulare Cool Oder So Ich wusste gestern nicht zu den Reifen kommt So Code Flügel Schwarzer Stift Schwarzer Stift Das dürfte Dieses Teil Nr. 1 Und 2 So Ist es auch So Ich check's gerade nicht Meiner 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 Gehört Ja Ist Richtig Das Teil Nr. Mit der Nr. 2 Statt Mit der Nr. 1 Nein Weil das Anders Zusammengebaut ist Es Passt Hier Natürlich Das Teil Mit der Nr. 1 Sieht Durch die Perspektive Nur ein bisschen Anders Aus So Ellbogenschmerzen Auch schon Auflegen Am Tisch Ach Das ist Lego Bauen Genauso Wie es sich Gehört Normaler Winterarbeit 24 Winter Oder Regenwetter Hi Chris Grüß Dich Ist Mal Was Anderes Oder Lego Bauen Live Nicht Ganz Vergleichbar Mit Diversen Anderen Shootings Oder So Hier Und Hier Gehört Das Rauf Wahrscheinlich Gehört So Jetzt Wollen Das Ganze Noch Mal Zusammen So Ja Toll Jetzt Rollen Die Teile Hier Vom Tisch So Chris Wie läuft's Shooting Pause Oder Voll im Einsatz Du bist Gerade Sehr Überrascht Warum denn Hast du Gedacht Hier gibt's Ein Live Act Shooting Dinger Oder So Irgendwas Nein Heute wird mal Live Lego gebaut Mal Ganz Was Anderes So Und jetzt Da kommt Der zweite Gold Flurie Da kommt Jetzt Dann Hier Auf Ja Läuft Nichts Im Fernsehen Weil Du Hier Zusehst So Jetzt So Jetzt So So Was Kommt Jetzt Aha Jetzt Müssen Wieder Drehen Die Zwei Klappen Jetzt Ein Jetzt Da Kommen Die Zwei Roten Dinger Also Irgendwie Sieht Das Bei Mir Ein Bisschen Anders Aus Ach Die Kommentaren Glück Gehabt Pause Schlecht Ja Genau Da hast Du Vollkommen Recht Darum Bin Ich Ja Auch So Froh Dass Ich Hier 130 Quadratmeter Im Studio Habe Und Alleine Lego Bauen Kann Vielen Dank Wünsche Dir Auch Einen Schönen Abend Viel Spaß Aufnahmen So Was Wird Das Aha Vordere Lichtgalerie Sehr Sehr Cool so falls es mit den fingern zu schwer ist diese zu bekleben diese kleinen teile mit einer pinzette geht das auch sehr gut mit bisschen lego erfahrung natürlich ist das überhaupt kein problem man verbaut sich ja auch so dann kommt das teil darauf und das kommt dann da drüber schon gespannt wie das dann wieder wird vernünftig aus kommt jetzt ein abstand halter kommt hier noch einmal das gleiche in die andere richtung das dann hier hin ziemlich cool ist ein flat nein so ein teil jetzt kommt das darauf und dann kommt der nächste aufkleber mit der nummer 15 nummer 15 ist da nummer 15 ist da so und dann brauchen wir viermal 10 ja ok das ist easy 1 2 und flach und 1 2 und ein flacher 1 2 und ein flacher also haben wir schon 3 1 2 und ein flacher dann kommen hier viermal stifter 1 2 3 und ein flacher 1 2 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 und ein flacher das passt da nicht natürlich nicht durch dass sie verdreht habe es macht schon sinn dass man es genau so zusammenbaut wie es da steht oder aufgezeichnet ist stehen tut ja nicht wirklich was so hier hier jetzt bekommen wir hier vorne die scheinwerfer aufkleber auf möglichst schön gerade die teile kann man ja eh noch drehen und dann bringst du die schön in eine flucht so drehen wir jetzt ein bisschen dann ist das schön in einer reihe so und die kann man jetzt da so sieht das dann fertig aus das ist noch zwei da kommen noch zwei so distanzstücke drauf natürlich habe ich das wieder verdreht so und die werden jetzt montieren und die kann man jetzt da oben die kann darauf und die passen hervorragend weltklasse und ja bitte diese teile hier sind für die vorderen scheinwerfer die werden jetzt auch noch montiert das ist richtig stylisch sehr cool danke für das neue e mail wer auch immer eines geschrieben hat so und wir gucken es geht dahin so jetzt haben wir noch so seiten dinge wo kommen die drauf die werden jetzt natürlich auch noch beklebt links rechts und zwar sind auch schon die letzten zwei aufgeber hier blau nach vorne soll so sein blau nach vorne blau nach vorne blau nach vorne das klappt das klappt so und jetzt da kommen ich fasse es nicht die letzte seite das bleibt ziemlich viel über aber das ist immer so ganz klein teile die man sehr gerne verliert das ist immer doppelt drinnen ok reifen felgen aufziehen das sieht gut aus innen außen seite komplett egal apropos ich weiß jetzt nicht ob das wirklich stimmt wusstest du das lego der welt größte reifen hersteller ist ich finde das genial also jetzt nicht größte hersteller aber die meisten reifen so fakt des tages kategorie sinnloses wissen aber vielleicht allgemein bildung so und ich glaube ich werde jetzt mein youtube vorschau bild noch mal ändern vorher schon eines erstellt mit der schachtel ich finde das teil jetzt so genial ich werde das vorschau bild ändern nämlich mit dem fertigen auto weil es sieht richtig cool aus so es sind zwei verschiedene arten reifen unterschiedliche durchmesser die schnittigen kleinen vorne natürlich und die fetten osse sind ja aber ich muss noch eine abdeckung nein finish ok letzte seite das war's wie genial wer immer jetzt reingeschalten hat das auto ist gerade fertig geworden yes voll cool gut ich werde jetzt eine batterie reingeben und eine runde fahren damit ciao papa guck auf Vielen Dank.